Ja, hallo, ihr Santillano-Follower. Wir sind endlich wieder da. Die Show in Ludwigsburg haben wir gerade hinter uns. Wir sind sehr erleichtert. Wie ich das in dem geschriebenen, übrigens müsst ihr nicht nur die Videos gucken, sondern auch mal nebenan lesen. Da habe ich ja schon geschrieben, das ist immer so ein bisschen aufregend nach so einer kleinen Pause den ersten Gig wieder zu machen. Die Kleinen sind ach ja's und ach so's. Dann ist es meistens schon zu spät. Aber das zieht sich in Grenzen. Michi, unser FOH, der hat gesagt, ja, du warst ein bisschen holprig. Hat er gesagt? Ja, hat er gesagt. Mit dem müssen wir doch mal reden. Aber ansonsten Boppenstimmung. Also es war Boppenstimmung. Wir bedanken uns hier jetzt auf diesem Weg nochmal beim Publikum hier in Ludwigsburg. Ihr wart die Bombe. Es hat tierisch Spaß gemacht. Hier im Hintergrund, ich halte das einmal hoch, seht ihr, wir sitzen hier schon auf den ganzen Box und damit bescheiden wir euch. Und es wird wild abgebaut. Da hinten ist ein bisschen die Crew. Wir sind jetzt noch mal kurz vor der Autogrammstunde. Die wird vielleicht noch mal bestimmt eine Stunde dauern. Ich weiß nicht genau, was uns da erwartet. Aber Ludwigsburg, glaube ich, das erste Mal. Da wird schon voll werden. So viele Leute haben hier noch kein Autogramm. Ne, wir wollen jetzt halt eins. Das kriegen sie auch. Okay, Freunde. Ja, wir sehen uns spätestens morgen Abend vielleicht wieder nach der Show. Und wie gesagt, nicht immer nur Videos gucken, sondern auch mal ein Stück lesen. Richtig. Tschüss. Zack, Ahoi. Alles gut.